Am K2 verunglückten Bergführers und Land der Berge Mitarbeiters Hans Berntaler. Die weiteren Beiträge führen nach Nordafrika und in die Dachstein-Südwand. Von den majestätischen Bergen wechseln wir um 21.07 Uhr in einen engen Fahrstuhlschacht, in dem Bobby und Jay A. eingesperrt sind, mehr darüber in Dallas. Nach den Seitenblicken läuft ab 21.55 Uhr im ORF-Kino ein sozialkritischer Militärkrimi von Edward Dmitryk im Kreuzfeuer. In den Hauptrollen Robert Mitchum und Robert Young. Sport mit dem Fußball-Wafer-Cup spielen Vienna gegen Valletta ab 23.20 Uhr und knapp vor Mitternacht gibt es dann noch 3000 Verdächtige im Chicago des Jahres 1930. Doch vorerst in FS2 Made in Austria und in FS1 Land der Berge. Guten Abend, jetzt können noch mehr Österreicher ÖMV-Aktionäre werden. Was? 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 Wann? 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 Wo? Wo? Bis 29. September 12 Uhr bei Ihrem Geldinstitut. ÖMV Dein Essen war einfach spitze. Wenn ich jetzt noch so gut abwasche, wie du kochst... Kein Problem. Mit dem neuen Priel schaffst du das schon. Ein neues Priel? Da bin ich aber gespannt. Siehst du, es geht doch schon ganz gut. Fehlt nur noch die Pfanne. Oje, nach so viel Geschirr wird mir die bestimmt nicht mehr sauber. Doch, doch. Da muss ich unbedingt nachdosieren. Brauchst nicht. Das neue Priel schafft das auch so. Denn das neue Priel macht das Wasser aktiv gegen Fett und macht sauber bis zur letzten Pfanne. Also abwaschen kannst jetzt. Das nächste Mal darfst kochen. Das neue Priel. Sauber bis zur letzten Pfanne.